Gute Neuigkeiten. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Gute Neuigkeiten. Sonnenkönig, Feldmarschall, Ökonom, Generalismus, Handelsgesellschaft. Gute Neuigkeiten. Du übrigens nur nach Bedarf, bitte. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Ja, der Handel, der ist mir nicht so wichtig. Ruhig einmal das. Oh, dann sollten wir hier... Oh, hier gibt es sehr viel Kohle. Das ist schön. Na, hat Matthias schon mit seiner Kirche begonnen? Nein. Doch, hat er. Ach, okay. 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 Ihr habt einen Suchpunkt. Weiter so. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie verfasst. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Sehr gut. Sehr gut. Sollte dann gucken, dass ich das hier wenigstens noch kriege, das hier und dann die teuren. Und ja, irgendwann den Bischofssitz. Okay, ich habe den Ökonom verloren. Ein weiterer Siegpunkt im Kampf gegen das Böse. Ja, ich habe schon vier. Und ja, es gibt den Sektor hier in der Mitte, das ist ein Siegpunktsektor auf jeden Fall. Okay. Ach, die sind schon ausgebaut auf Maximum. Okay. Müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier so außerhalb? Also da ist die Jägerhütte. Den Geologen habe ich schon freigeschalten, also können wir hier auch ausbauen. Komm, ich brauche noch einen Mönch. Na, da kommt das Bier für den Mönch. Wie sieht es bei ihm aus mit der Forschung bis jetzt? Er baut die Kirche aus? Ach du mein Schreck. Das wird lustig werden, wenn er die Kirche schon ausbaut. Oh, ich dringte den Gewaltmarsch und dann... Okay, wie sieht es hier unten aus? Oh, da erforscht der Ballistik, der Mistkerl. Das heißt, ich muss als nächstes das da und das da erforschen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Bald ist es geschafft. Ihr benötigt nur noch einen einzigen Siegpunkt. Das geht schnell, ganz ehrlich. Wie sieht es hier aus? Ist die... Nein, ist immer noch nicht gebaut. Wie schade. Ihr musstet einen Siegpunkt abgeben. Ach nee, nicht so rum. Äh... Abreißen. Euer Feind hat Zugang zu einer neuen Technologie erhalten. Ja, Ballistik. Aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich bin erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Komm, ich brauche noch einen Punkt für die Fall. Wobei die Forschung wäre wahrscheinlich wichtiger. Befestigung ausgebaut. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Okay, den habe ich jetzt verloren, weil ich... Länger als meine Feinde, was ich angegriffen habe. Ja. Ah, welche wollte ich jetzt eigentlich die Spionage als nächstes? Und zwölf neue, geistliche. Untertitelung des ZDF, 2020 Stimmt eigentlich. Ich wollte gucken, habe ich irgendwo noch... Ne, nicht wirklich. Also muss ich irgendwo hier unten am besten... Also hier noch eine Sägemühle auf jeden Fall hin. Und eigentlich ist hier genug Platz. Für noch mehr Holzindustrie. Für noch mehr Holzindustrie. Loser Challenge ist hier genug frei. Für noch mehr Holzindustrie. Für noch mehr Zerbaal. Das ist ein Überrasch unos. Hier ist alles so, dass ich eine Löhne hatte. Das ist alles so, dass ich das so, dass ich das so, dass ich das so, dass ich das so. Ich werde dich das so, dass ich das so! Ich werde dir nicht sagen. Ich werde dich das so, dass ich das so, dass ich das so. Es ist ja schon sehr, sehr schön. Hier unten kommt dann meine Militärbasis hin. Oh, ach ja, äh, dich ausbauen. Da sollte ich am besten warten und erstmal noch die drei. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Ja, ihr Imperator gewonnen. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. So. Oh, nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Ja, das ist blau. Okay. Und ja, das ist mal wieder eine Mission, die unter Stress steht. Okay. Okay.